Ja, hallo und herzlich willkommen bei Star Trek Online in der Erweiterung Both Worlds, die passend zum 14-jährigen Jubiläum von Star Trek Online veröffentlicht wurde. Jawohl, 14 Jahre schippern wir in Star Trek Online bereits durch die Weiten des Weltalls. Ja, da kommt natürlich hier zum 14-jährigen Jubiläum einiges zusammen, aber natürlich auch zu Both Worlds, zu Both Worlds selber kommen wir gleich. Ich möchte aber hier nochmal einmal erwähnen, wenn ihr das hier seht, ich denke, das gehört zu den Jubiläumsgeschenken. Da scheint es hier eine Freischreibung, es ist eine Promotion noch zu geben und hier lungert tatsächlich ein K6 Raumschiff Geschenkgutschein rum und das bedeutet 100% Rabatt auf ein beliebiges K6 Schiff im Zen Store. Ja, da muss sonst eine alte Person lange für stricken, um die zusammen zu bekommen. Also gleich einfordern und den Spaß dann dementsprechend nutzen. Gut, Both Worlds, was gibt es hier grundsätzlich? Wir können hier mal beim Fragezeichen reingucken. Da sehen wir, es gibt eine neue Episode. Da will ich jetzt auch gar nicht mal spoilern, was da kommt. Jedenfalls wird eine Darstellerin, die uns aus der Deep Space Nine Serie bekannt geworden ist, hier ihre Premiere in Star Trek Online feiern. Und es gibt eine neue Taskforce Operation, der Kampf um Wolf 359. Und das scheint nach Beschreibung, also was ich erzähle, das stammt jetzt nicht alles aus dieser Beschreibung hier, wohl eine Vorbereitung auf das zu sein, was uns bei Scorpions Abyss erwartet. Deswegen denke ich, es wird diesmal, man weiß das, manchmal ist es so, manchmal ist es andersrum, dass die TFO ja eine Vorbereitung auf die Story-Mission sein wird. Manchmal ist es auch eine Auskopplung aus der Story-Mission oder das eine spoilert das andere. Wie auch immer, hier gehe ich davon aus, dass wir die Taskforce Operation hier zuerst spielen sollten. Ja, da gibt es noch eine neue Verschlusskiste, das steht hier gar nicht dabei. Und in diesen sogenannten The Last Generation Kisten gibt es zum Beispiel Raumschiffe der Duda-Stadtklasse. Das ist nur ein möglicher Preis, der sich daraus ergibt, will ich aber hier auch nochmal am Rande erwähnen. So, zufällige TFOs, das kennen wir. Das gibt es jetzt in einer Elite-Variante, wo man zufälligen Missionen beitreten kann, um sich hier zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Und die sind dann hier eben noch lohnenswerter, als das bei der bisherigen Option ist. Und dann gibt es noch den Event zum 14-jährigen Jubiläum selber. Da gibt es ein Schiff zu gewinnen. Das können wir uns gleich mal angucken und auch anschauen, wie genau man denn dieses Schiff dann bekommen kann. Was man dafür machen muss, das kennt man ja. Da gibt es hier den Ereignisreiter. Und es ist so, dass man hier in dem Event-Zeitraum eben 40 Punkte zusammenbekommen muss. Und man kann pro Tag zwei Punkte sammeln. Das meiste, was man hier machen kann, bringt zwei Punkte. Das ist einmal eine Story-Episode oder eine Story-Mission, die wir schon kennen. Einmal die neue Story-Episode. Dann die Task Force Operation Guillotine. Oder die neue Kampf um Wolf 359. Wie immer hat man die Möglichkeit, hier auch Omega-Partikel zu stabilisieren, um am Ende besondere Omega-Upgrades rauszubekommen oder seine Komponenten hier zu vervollständigen, die man noch braucht, wie dem auch sei. Da gibt es einen Punkt dafür. Wie gesagt, zwei pro Tag können abgeräumt werden. Und hier am Ende lässt sich das Ganze, wie jetzt schon die letzten Jahre üblich, mit Zen vervollständigen, wenn man das möchte. Das hier ist das Schiff. Gucken wir uns erstmal die Beschreibung an. Das ist ein Allianz-Rex-Piloten-Escort-Schiff. Und das ist wieder eine Kombination aus verschiedenen Elementen, also aus Elementen verschiedener Herkunft, wie das bei den Allianz-Schiffen immer der Fall ist. Interessant, dass hier zu einem großen Teil der Jem'Hadar-Jäger drinsteckt. Die Werte schaut euch gerne mal selber an, in Ruhe, wenn ihr möchtet. Und wenn man diese Belohnung dann eingeheimst hat und spielt noch weiter, dann kann man hier die Lithium bekommen. Und bei den Belohnungen hier bei der Omega-Partikel-Stabilisierung, da gibt es ja jährlich auch immer so einen Partyspaß, so eine besondere Partykanone. Und diese besondere Partykanone, die wird es freilich auch in diesem Jahr geben. Ja, soweit zum Event, zum 14-jährigen Jubiläum. Was wohl eigentlich König und Kollektiv heißen sollte, zumindest in der deutschen Übersetzung. Und ja, habt viel Spaß mit dem Schiff, mit dem Event, der neuen Story-Mission und der neuen TFO. Freilich werde ich diese ganzen Sachen hier auch spielen und zeigen. Jetzt nicht unbedingt die Omega-Partikel-Stabilisierung oder die Elite-Einsatzkommandos, die zufälligen, aber zumindestens mal die TFO und auch die Story-Mission. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal und klingelt den DAX, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben oder ihr Fragen und oder Meinungen haben solltet, postet mir die gerne in die Kommentare oder lasst uns auf Discord daran teilhaben. Vielen Dank dafür und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auch wiedersehen.